Aktuarium Jo, Hallöle, kennt ihr noch unseren guten alten Freund Aktuarium? Halt, 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 stopp, 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 stopp. Bitte, bevor ihr euch jetzt überlegt, aus dem Fenster zu springen oder euch eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Nein, es geht heute nicht darum, dass Aktuarium mal wieder Reise nach Jerusalem spielt. Es geht nicht um Islam-Apologetik. Und es geht auch nicht darum, dass er mal wieder Putin-Apologetik betreibt. Nee, ich mache dieses Video diesmal aus einem ganz anderen Grund. Aktuarium hat nämlich ein Video zum sogenannten Stolzmonat von Schlomo gemacht und zum Thema Patriotismus. Und zu diesem Thema, zum Thema Patriotismus, hat Aktuarium einige sehr, sehr vernünftige Sachen gesagt. Und ich mache dieses Video hier einfach mal, um darauf zu reacten und diesmal ganz ohne Vorwürfe und Häme und so weiter, weil was Aktuarium hier sagt, ist in weiten Teilen eigentlich ziemlich vernünftig. Auf jeden Fall will ich festhalten, dass Aktuarium hier in diesem Video einige ganz vernünftige Sachen gesagt hat und einiges ist wert, darüber nachzudenken. Aber am besten lasse ich ihn jetzt einfach mal selber zu Wort kommen. Der Stolzmonat. Ein großer Erfolg der Rechten in Social Media. Nicht LGBT Pride Month, sondern der Stolzmonat, wie ihr hier an den Schattierungen der deutschen Flagge seht. Und ich habe einiges dazu zu sagen. Zunächst einmal, was ist das? Begonnen hat das alles mit diesem Tweet hier von dem rechten Influencer Schlomo. Er schreibt, Ende Mai hat er das geschrieben. In einer Woche ist Stolzmonat. Wir könnten uns pünktlich am ersten alle dieses D-Fahnen-Spektrum als Profilbild machen, um die Lippen zu besitzen, wie man so schön sagt. Glaube, wenn die plötzlich nur noch davon umgeben sind, drehen die frei. Sie sehen ungern, wie viele wir sind. Und das hat eingeschlagen. Das hat wirklich eingeschlagen. So viele Accounts habe ich gesehen, die als Profilbild dieses D-Fahnen-Spektrum, wie er das nennt, also die LGBT-Flaggenveralberung, in den Farben der Deutschlandflagge genommen haben. Und die alle geschrieben haben vom Stolzmonat. Es gab so viele Memes über den Stolzmonat versus, also den starken, großen Stolzmonat des deutschen Volkes versus den schwachen LGBT-Monat von irgendwelchen Leuten, die nicht wissen, welches Geschlecht sie haben. Das war wirklich ein durchschlagender Erfolg. Ist sogar bis in den Deutschen Bundestag gedrungen. Der Matthias Helferich von der AfD hat das dort vom Podium aus gesagt. Helferich, muss man dazu sagen, ist so weit rechts, dass sogar die AfD, obwohl er in ihrer Partei ist, sie wollen ihn nicht in ihrer Bundestagsfraktion haben. Deswegen ist er fraktionslos. Also es reicht nicht für die AfD-Bundestagsfraktion. Das nur am Rande. Also wirklich große, sehr erfolgreiche Sache. Auch viele von meinen Zuschauern, viele von euch haben da bestimmt mitgemacht. Und ich habe dazu einige Kommentare. Kommentar Nummer 1. Ich finde das sehr gut, dass es so eine Aktion gibt, die versucht, ein Wort zu kapern, zu besetzen, welches von den LGBT-Leuten propagiert wird, welches von ihnen als versucht wird, als eine neue Kultur, als eine Religion, gar Staatsreligion in Deutschland einzuführen. Und in diesem Fall ist es wenigstens innerhalb der rechten Blase erfolgreich gewesen, von einigen sehr weit Rechten in den Bundestag geführt und in einigen Mainstream-Medien gab es Erwiderungen und diese typischen Nazi-Artikel darüber. Aber jedenfalls in eigenen Kreisen war es in der eigenen Blase ein durchschlagender Erfolg als eine Reaktion. Es war jetzt keine Aktion an sich, aber das war ja auch so geplant. Es war eine Veralberung. Aber was ich die ganze Zeit, im ganzen Juni schon gedacht habe, und ich habe bis zum Ende des Junis gewartet, um zu schauen, ob sich das ändert, es ist so ein verschenktes Potenzial gewesen, leider. Es haben so viele mitgemacht, ich gebe zu, der Schlom hat das wahrscheinlich selber gar nicht gedacht, er konnte das nicht wissen, aber da nun so viele mitgemacht haben, hätte man das tatsächlich mit Leben füllen können. Weg von einer reinen Veralberung, hier guck mal, wir zeigen die Flagge, LGBT ist schwach, Stolzmonat ist stark, hin zu etwas, was wirklich Gehalt hat. Erwartest du hier wirklich tiefer gehenden Inhalt als Trollaktion? Natürlich war das in erster Linie eine Trollaktion und ich gehe mit dir d'accord, dass es hier eigentlich vieles gäbe, was man mit der Deutschlandflagge machen könnte als Aktion oder ganz einfach im Punkto Patriotismus, das deutlich mehr Gehalt hätte. Zum Stolzmonat selber will ich einfach nur gesagt haben, ich verstehe, warum einige sich dem angeschlossen haben. Ich fühle mich von dieser Regenbogenflagge zwar überhaupt nicht getriggert oder in irgendeiner Weise bedroht und einige Akteure dieses Stolzmonats machen tatsächlich auf mich genau den Eindruck, als ob sie diese Regenbogenflagge als Bedrohung wahrnehmen. Aber es ist schlicht und einfach so, dass die Regenbogenflagge hier einfach bloß als plumpe Werbung für Unternehmen gilt, die hier in Deutschland Gratismut zeigen, indem sie verkünden, guck mal, wir stehen für Diversität, wir stehen für sexuelle Vielfalt. Was es sich aber dann im Ausland einmal wieder nicht trauen zu zeigen, weil sie ja durchaus einige Kunden in Regionen der Welt haben, bei denen sexuelle Vielfalt, Homosexuelle und so weiter, dann doch eher auf dem Scheiterhaufen landen bzw. gesteinigt werden. Wenn die Allianz Arena in München in den Regenbogenflaggen beleuchtet wird, dann geht mir das schlicht und einfach am Arsch vorbei, genauso wie es wahrscheinlich den meisten Leuten am Arsch vorbeigeht, weil das Thema sexuelle Vielfalt und Akzeptanz von Homosexuellen hierzulande heute eigentlich gar kein wirkliches Problem mehr ist. Also außer man befindet sich in bestimmten Bubbles und in bestimmten Communities und Parallelgesellschaften. Es ist nicht besonders mutig, wenn bestimmte Unternehmen jetzt mit der Regenbogenflagge im Logo werben und damit hier etwas zur Schau tragen, was hier in Deutschland sowieso für über 80% der Bevölkerung selbstverständlich ist. Was aber in der Politik und in den Medien viele nicht davon abhält, solchen Gratismut zu feiern. Hätten die vor 40, 50 Jahren sowas gemacht, das wäre eine Herausforderung gewesen. Es wäre zwar nicht gefährlich gewesen, aber es hätte schon einiger Wagemut dazu gehört. Dass diese Pride Flagge dann im Ausland für den ausländischen Markt von diesen Firmen dann nicht geführt hat, das entlarvt halt da die Marketingstrategie dahinter. Und dass es ihnen halt doch nicht um die Sache geht. Ich verstehe, dass man von dieser Heuchelei genervt ist. Der Stolzmonat als Aktion war mir einfach, selbst wenn man ignoriert, von welchen Personen er initiiert wurde, nämlich von der Bubble um Schlomo, selbst dann war mir die Aktion einfach zu affig und zu plump und zu sehr cringe. Ich habe die ganze Aktion auf Twitter mitverfolgt und wenn allen Ernstes Leute den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig darin zu bestätigen, wie stolz sie darauf sind, dass sie zufällig Deutsche sind. Oder wenn die schwarz-rot-goldenen Flaggen, die gezeigt wurden, dann meistens auch noch sehr verräterisch mit einem preußischen Adler gespickt wurden. Was schon eher Auskunft über die Gesinnung derjenigen, die sowas posten, aussagt. Denn in der Vergangenheit war es auch so, dass diejenigen, die gerne die Reichskriegsflagge oder die Preußenflagge hochgehalten haben, seltener dieselben waren, die auch schwarz-rot-gold schätzten. In der Weimarer Republik war es zum Beispiel so, dass zwar schwarz-rot-gold-Nationalflagge wurde, zum allerersten Mal in der Geschichte, aber die alte Reichsflagge und Reichskriegsflagge durfte zumindest als Zweitflagge benutzt werden, weil sich einige mit schwarz-rot-gold nicht anfreunden konnten. Und das waren ja gerade diejenigen, die in der Denktradition stehen, die auch heute so gerne die Preußenflagge noch schwingen. Nicht, dass Preußen irgendwas mit Nazis zu tun hätte. Die Reichskriegsflagge wird halt heute ersatzweise von denen verwendet, die die Republik ablehnen und wieder das Deutsche Reich wiederhaben wollen. Eben deshalb, und weil ich einige der Personen kenne, die gerne den Preußen-Adler posten und diesen Verdacht, den ich hier habe, bestätigen, bezweifle ich bei einigen derer, die den Stolz-Monat und schwarz-rot-gold da hochgehalten haben, ein echtes Dahinterstehen hinter den Werten, die schwarz-rot-gold verkörpert. Oder wenn ein Boris Morgenstern mir schreibt, dass er jeden Morgen mit Stolz aufwacht, dann fühle ich mich hier weniger an berechtigtem Patriotismus erinnert, sondern da denke ich eher an Arthur Schopenhauer, der seinerzeit bereits meinte, Jeder armselige Tropf, der nichts auf der Welt hat, auf das er stolz sein könnte, ergreift als letztes die Nation, der er zufällig angehört, um darauf stolz zu sein. Und er ist dankend bereit, alle Torheiten der seinen eigenen zu verteidigen. Ungefähr dieses Niveau hatte dieser Stolz-Monat-Patriotismus. Aber wir halten fest, ja, die Stolz-Monat-Aktion war ziemlich plump. Es war eine lächerliche Troll-Aktion, die innerhalb der Bubble zwar gefeiert wurde, die aber außerhalb der Bubble, in der sich Schlomo und Co. bewegen, überhaupt keinen Effekt hatte. Außer, dass Patriotismus sehr lächerlich rüberkam. Was schade ist, weil Patriotismus kann auch einfach ein gesundes nationales Selbstwertgefühl sein. Es gibt bestimmte Dinge innerhalb der eigenen Kultur, innerhalb des eigenen Staates, die einem wichtig sind und die man sich nicht madig reden lässt. Ein Patriotismus, der Wert legt auf das, was man hat und das, was erreicht wurde in den vergangenen Jahrhunderten und Generationen. Natürlich schließt eine solche ehrliche Form von Patriotismus auch die ganzen negativen Sachen mit ein. Aber es ist ja genau die Summe. Die Summe aus allen Sternstunden, Errungenschaften, Tiefpunkten und Katastrophen. Und das, was man aus dieser Geschichte und dieser Kultur dann gezogen hat, das Zusammenspiel und die Wirkung von allen, die in dieser Geschichte gewirkt haben und in dieser Kultur gewirkt haben, im Positiven wie im Negativen, das ist das, was uns unsere Identität gibt bis heute. Und daraus könnte man ein vernünftiges, gesundes Selbstbewusstsein ableiten, mit dem wir anderen Leuten in der Welt gegenüber treten. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir genauso gut sind. Aber ich lasse jetzt mal Aktuarium weiterreden. Hätte man das tatsächlich mit Leben füllen können? Weg von einer reinen Veralbarung, hier guck mal, wir zeigen die Flagge, LGBT ist schwach, Stolzmonat ist stark, hin zu etwas, was wirklich Gehalt hat. Und zwar Gehalt eines Stolzmonats, der natürlich nicht, wie ich es bereits beschrieben habe, die gleiche Bedeutung von Stolz haben darf wie bei Pride Months, also von Superbia, also von Hochmut, Potzünde. Stolz kann auch eine andere Bedeutung haben, als das, was besser als Hochmut übersetzt wird, nämlich die von einer großen Dankbarkeit und Anerkennung für eigene Kultur, eigene Vergangenheit, ohne jedoch in Hochmut gegenüber eigenen anderen Kulturen zu verfallen. Oder in der schlimmsten Variante sogar zu sagen, dass ich als Individuum besser bin, als jemand aus einer anderen Kultur. Das wäre tatsächlich Todsünde, aber das muss man nicht haben. Man kann Stolzmonat haben, Stolzmonat feiern, Deutschen Stolz feiern, Nationalstolz besitzen, ohne in Superbia zu verfallen. Nur man hätte es Leben mit Leben füllen müssen. Worauf seid ihr denn stolz? Was macht denn den Stolz für uns in Deutschland aus? Auf die deutsche Geschichte, auf die deutsche Kultur. Ist es wirklich nur die Flagge? Sind es ein paar Memes gegen LGBT? Ist das alles, was wir bieten können? Ist das die Ergründung des Deutschseins? Die allermeisten Rechten, und das ist die traurige Wahrheit, wissen doch gar nicht, was Deutsch überhaupt sein soll. Wenn man sie fragt, was ist denn Deutsch für dich? Was ist denn die deutsche Kultur? Was sind denn die Größen und die Säulen der deutschen Geschichte? Leute, dann können sie da gar nicht viel anbieten, denn alles, was sie selbst von ihrem Leben kennen, vom Leben ihres Vaters und Leben ihres Großvaters, ist ja gar nicht deutsch. Die ganze Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, hat mit Deutschland ja gar nichts mehr zu tun. Wir sind unter Besetzung gewesen und wir wurden von amerikanischer Kultur überflutet. An der Stelle will ich mal kurz einhacken, weil, so wie es mir scheint, ist hier gerade mal Aktuarium mal wieder der Anti-Amerikanismus, den er schon in seinen Anti-Israel-Videos pflegt, rausgerutscht. Ja, natürlich hat Deutschland, ja, haben alle westlichen Länder, bedingt durch den Kalten Krieg, eine gewisse Nähe zur Amerika und zur amerikanischen Kultur, zumindest im Kunstbereich und im politischen Bündnissystem entwickelt. Aber Anglizisme zum Beispiel gibt es nicht nur im Deutschen. Auch in anderen westlichen Ländern haben sich englische Begriffe etabliert. Das ist halt so, dass wir aber deswegen keine deutsche Kultur mehr gehabt hätten, nur weil wir enger mit den Amerikanern dann zusammengearbeitet haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schon eine ziemlich steile These, zumal Deutschland mehrere Sachen gemacht hat in den vergangenen 30 Jahren, die Amerika nicht gefallen haben. Wir haben uns damals geweigert, am Irakkrieg teilzunehmen. Und der Ami wird hier in Deutschland immer noch so als ein bisschen blöd belächelt. Wir haben durchaus Klischees im Kopf, wenn es um Amerikaner geht und ich sag mal, nicht alles unbedingt, davon sind ja bloß Klischees. Und wenn wir die Wahl haben, in einem Land wie unserem zu leben oder in Amerika, dann wählen wir dann doch lieber unser Land. Weil es hat sich schon längst rumgesprochen, dass zum Beispiel die soziale Versorgung uns nicht so gefallen würde. Es hat sich auch schon längst rumgesprochen, dass die Kriminalitätsrate in den USA viel höher ist. Also die USA sind nicht in allen Punkten Vorbild für uns Aktuarium. Und bloß weil Hollywood-Produktionen, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt, sich großer Beliebtheit erfreuen. Ebenso ein ganzes Füllhorn amerikanischer Serien. Deswegen haben wir unsere eigene Kultur nicht verlernt oder unsere eigenen kulturellen Eigenschaften aufgegeben. Die USA sind für uns ein wichtiger Partner. Sie haben die Popkultur und gerade die Filmindustrie bei uns sehr stark ergänzt, sag ich mal. Aber es gibt genügend Sachen, wo wir eher die Amerikaner ein bisschen belächeln oder wo wir eher auf sie herabschauen, weil wir der Meinung sind, dass wir Sachen haben, die sind bei uns besser. Und soweit ich weiß, wird bei uns im Geschichtsunterricht in der Schule auch eher deutsche Geschichte gelehrt und europäische Geschichte und nicht unbedingt amerikanische Geschichte. Das will ich bloß gesagt haben, weil hier in diesem Kommentar von Aktuarium klang so ein bisschen jetzt gerade sein Mimimimi der Westen. Mimimimi, wir arbeiten mit den Amerikanern zu stark zusammen. Wir waren besetzt, deswegen sind wir jetzt sehr in Handlanger. Das klang jetzt gerade voll raus. Wem das jetzt zu übertrieben vorkommt, so wie ich das interpretiere. Also der muss sich einfach hier bloß einfach nochmal seine Videos zu Israel angucken. Dann wird klar, warum ich das so interpretiere. Und man hätte diese Gelegenheit nutzen können. Ein Beispiel. Man hätte zum Beispiel alle auffordern können, nicht nur einfach diese Deutschlandflaggen-Schattierung zu posten, sondern zu sagen, such dir deinen Lieblingsdeutschen der Geschichte aus, schreib seinen Namen hin, poste sein Bild und sag mal drei Sätze dazu, warum er dein Lieblingsdeutscher, dein Vorbild in irgendeinem Feld ist oder dergleichen. Puh, gute Frage. Also, ich habe jetzt hier Schwierigkeiten, jetzt meinen Lieblingsdeutschen rauszufinden, weil da gibt es einfach so viele Persönlichkeiten, die in ganz verschiedenen Bereichen gewirkt haben. Und hier gibt es einfach nicht einen Nenner, auf den ich sie alle bringen könnte. Ich kann halt jetzt einen Künstler und Schriftsteller nicht mit einem Physiker oder mit einem Politiker vergleichen. Was wäre da jetzt der gemeinsame Nenner, aufgrund derer ich sagen kann, der da ist viel größer und besser als der andere. Deswegen tue ich mir jetzt gerade da schwer, meinen Lieblingsdeutschen hier rauszufinden. Aber ja, da gibt es einige Personen in der deutschen Geschichte, um die, um deren Wirken wir dankbar sein können, an die wir sehr gerne gedenken dürfen und die durchaus auch Weltgeschichte geschrieben haben. Um mal zwei deutsche Personen zumindest zu nennen, die unbestreitbar weltweite Wirkung hatten, Martin Luther und Karl Marx. Bei letzterem mag man vielleicht jetzt nicht so ganz glücklich sein, wie er gewirkt hat im Nachhinein betrachtet, aber es lässt sich natürlich nicht bestreiten, dass er eine weltweite Wirkung hatte. Marx, der seinerzeit an der Philosophie gerne kritisiert hat, dass sich die Philosophie angeblich zu sehr um sich selber drehe und sich einfach nur um sich selber kümmert, im Studium und so weiter, der meinte ja, Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Man kann nicht bestreiten, dass ihm das gelungen ist. Fest steht, es fiele mir schwer, jetzt nur eine Person zu nennen, die hier sozusagen mein Lieblingsdeutscher wäre. Deshalb lasse ich das. Ich habe ja auch teilweise Videos über Personen gemacht in der deutschen Geschichte, die einen nennenswerten und berechtigten Platz in der Weltgeschichte haben. Such dir deinen Lieblingsdeutschen der Geschichte aus, schreib seinen Namen hin, poste sein Bild und sag mal drei Sätze dazu, warum er dein Lieblingsdeutscher, dein Vorbild in irgendeinem Feld ist oder dergleichen. Denn Deutschland hat da so viel zu bieten, tatsächlich zumindest in der Neuzeit mehr zu bieten als wahrscheinlich die meisten Völker, wenn es um Wissenschaft geht, wenn es um Mathematik, um Physik geht, wenn es um Philosophie geht, wenn es um Literatur geht, literarische Hochkultur geht. Also im Prinzip stimme ich zu. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir in den letzten 500 Jahren in der gesamten Neuzeit schon immer führend waren in diesen Bereichen. Also wir Deutschen, wenn es um Kunst, Kultur und Wissenschaft geht, denn im 17. und 18. Jahrhundert zum Beispiel war Frankreich ein großer Ideengeber. Die Epoche des Barock, die war sehr französisch geprägt. Das bedeutet nicht, dass es zur gleichen Zeit nicht auch sehr wichtige Leute in Deutschland gab, im Kunst- und Kultur- und im Wissenschaftsbereich, im Bereich der Aufklärung. Leibniz und Kant, um nur zwei Namen zu nennen. Oh, und im Bereich Wissenschaft des 17. Jahrhunderts muss im deutschen Raum unbedingt der Name Kepler fallen. Johannes Kepler. Goethe und Schiller sind auch immer zwei Namen, die hier wie aus der Pistole geschossen kommen. Bei Schiller stimmt das auch zeitlich noch, weil der ist 1805 gestorben. Der passt also hauptsächlich noch ins 18. Jahrhundert. Bei Goethe ist es so, der reicht noch weit in die Biedermeier-Zeit hinein. Da sind wir dann, wenn es jetzt nur um die Epoche der Aufklärung geht, zeitlich nicht so ganz richtig bei Goethe. Das heißt, er ist natürlich über 80 geworden, also hat er auch in der Aufklärung gewirkt. Hat auch aufklärerische Gedanken gepflegt, wie sein Kumpel, sein viel zu früh verstorbener Kumpel Schiller. Die Humboldt-Brüder fallen mir noch ein. Aber auch die wirkten erst im 19. Jahrhundert. Da sind wir jetzt also zeitlich falsch, wenn wir jetzt bloß vom 17. und 18. Jahrhundert reden. Keine Frage, im 17. und 18. Jahrhundert haben die Deutschen auch einige sehr, sehr wichtige Köpfe hervorgebracht. Ich würde jetzt allerdings nicht sagen, dass im 17. und 18. Jahrhundert die Deutschen hier mehr zu bieten hatten als jeder andere. Weil, wie gesagt, viele Impulse kamen zu dem Zeitpunkt auch aus Frankreich. Sei es in Form der barocken Baukunst, die Ludwig XIV. der Sonnenkönig vorgemacht hat. Und die dann viele Monarchen hier in Deutschland einfach plump kopiert haben. Denn das ist alles nur geklaut. Oder sei es in Form der Sprache. Die französische Sprache war damals Modesprache, so wie es heute das Englische ist. Und auch die Engländer und Schotten hatten hier einiges geistesgeschichtliche in dieser Zeit zu bieten. Während wir Deutschen halt Leibniz und Kant und dergleichen hatten, hatten die in England und in Schottland John Locke, Thomas Hobbes und David Hume. Adam Smith, nichts vergessen. Und die Franzosen hatten Voltaire und Rousseau. Und gerade die Ideen der letztgenannten beiden haben zumindest ideengeschichtlich die französische Revolution vorbereitet. Was ich mit alledem sagen will, im Bereich Kunst und Philosophiegeschichte, da sind die Deutschen zwar stark mit dabei, sind aber im 17. und 18. Jahrhundert meines Erachtens noch nicht dominant. Wenn es um den Bereich der Naturwissenschaften geht, Ja, da sehe ich das ganz ähnlich wie Aktuarum, zumindest wenn man es aufs 19. und frühe 20. Jahrhundert bezieht. Hier hat Aktuarum uneingeschränkt recht. Im 19. und im 20. Jahrhundert zumindest bis 1933 war Deutschland führend. Deutschland war die große Wissenschaftsnation. Zwischen 1901 und 1933, das betone ich immer wieder gerne selber sogar, Zwischen 1901 und 1933 gingen ein Drittel aller Nobelpreise an deutsche Forscher. Das war das goldene Zeitalter der Physik und der Chemie. Und die Deutschen waren führend. Warum sich das geändert hat, das muss ich glaube ich beim Nennen der Jahreszahl 1933 nicht weiter erwähnen. Was für ein Haufen Scheiße. Vorher muss man aber auch sagen, dass es wichtige Naturwissenschaftler auch in anderen europäischen Ländern gab. Ich sag mal, Charles Darwin war ja auch kein Deutscher, genauso wenig wie Isaac Newton. Trotzdem gebe ich Aktuarium im Groben hier recht. Die Deutschen haben in der jüngeren Geschichte, in der jüngeren Geistesgeschichte, also die letzten drei Jahrhunderte, sehr viel im Bereich Naturwissenschaften und Aufklärung beigetragen. Das ist ein Bild und sag mal drei Sätze dazu, warum er dein Lieblingsdeutscher, dein Vorbild in irgendeinem Feld ist oder dergleichen. Denn Deutschland hat da so viel zu bieten. Tatsächlich, zumindest in der Neuzeit, mehr zu bieten als wahrscheinlich die meisten Völker. Wenn es um Wissenschaft geht, wenn es um Mathematik, um Physik geht, wenn es um Philosophie geht, wenn es um Literatur geht, literarische Hochkultur geht. Also ich meine, nur um ein paar Topnamen einfach zu nennen. David Hilbert, Mathematik, Gauss, Mathematik, Einstein oder nehmen wir Planck oder nehmen wir Heisenberg. Oder wenn ihr, ihr könnt auch früher gehen, ihr könnt auch solche großen Säulen der Sprache nehmen wie, Martin Luther oder wenn ihr Künstler sagt, nehmt Albrecht Dürer oder nehmt natürlich Goethe Schiller. Es gibt so viele Namen, so viele Größen, die die deutsche Kultur geprägt haben, das Deutschsein mit geformt haben. Das hätte man posten können. Das hätte man sagen, ich bin stolz auf sowieso, weil sowieso. Und er hat das und das. Das wäre mal wirklich Füllen mit Leben gewesen. Es müssen auch keine Personen sein, es können ganze Epochen sein, es können Werke sein, es können Strömungen sein. Das Deutsche hat da im 18., im 19. Jahrhundert so viel zu bieten. Man muss wirklich sagen, eine herausragende Hochkultur in der Welt, ohne in Supervia zu verfallen. Das muss man wirklich so anerkennen und das darf man auch als das eigene markieren, hochhalten und darauf stolz sein. Vorbehaltlose Zustimmung an dieser Stelle. Er hat jetzt selber einige Namen genannt und mir fällt auf, er hat jetzt sogar überwiegend Naturwissenschaftler genannt. Was kein Wunder ist, er hat ja selber vom 19. und vom frühen 20. Jahrhundert gesprochen. Er hat jetzt auch Einstein, Planck und Heisenberg erwähnt. Spätestens Heisenberg gehört eindeutig ins 20. Jahrhundert, weil der ist erst 1901 geboren und hat in den 20er Jahren seine Unschärfrelation aufgestellt. Er hat jetzt Heisenberg genannt, er hat Planck genannt, Einstein hätte ich jetzt aus Respekt vor Einstein selber nicht genannt, aber er erwähnt ihn ja nicht zu Unrecht. Ja, auch Einstein ist deutscher Herkunft, da Einstein zum Ende seines Lebens hin nichts mehr mit Deutschland zu tun haben wollte, hätte ich ihn jetzt aus Respekt nicht genannt. Er hat auch jetzt den Mathematiker Gauss genannt. Für die Älteren hier, das ist der Typ, der früher auf dem 10-Mark-Schein verewigt war. Was den aber wahrscheinlich nur so lange geehrt haben dürfte, wenn er das gewusst hätte, bis er erfahren hätte, dass auf dem 1000-Mark-Schein, also hundertmal so viel wert, zwei Märchen-Onkel abgebildet waren. Das ist alles falsch. Christopher Clarke versucht die große Präsenz deutscher Forscher im 19. und 20. Jahrhundert dadurch zu erklären, dass Deutschland aufgrund seiner jahrhundertelangen Zersplitterung ungewöhnlich viele Universitäten auf dichtem Raum hervorgebracht hat. In Deutschland gibt es zwar keine so große Universität wie Oxford oder Cambridge. Sowas Berühmtes haben wir hier nicht, aber wir haben viele, viele kleinere Universitätsstädte. Bei uns gibt es mehr Hochschulen auf engeren Raum, was halt durch die jahrhundertelange Kleinstadterei bedingt ist. Und eben weil wir so viele Hochschulen auf engem Raum haben, haben wir in Relation zur Bevölkerungsgruppe eine größere Anzahl bedeutender Wissenschaftler hervorgebracht als zum Beispiel die Briten oder die Franzosen. Das denkt zumindest Christopher Clarke und ich finde, an dieser Theorie könnte was dran sein. Klingt irgendwo plausibel. Im Übrigen ist die Erfolgssträhne der Deutschen in Sachen Technologie und Wissenschaft noch nicht vorbei. Nein, Deutschland ist, wie wir alle wissen, immer noch ein Top-Industriestandort und ein Top-Technologie-Produzent. Es mag sein, dass deutsche Forscher nicht mehr so omnipräsent sind wie damals Anfang des 20. Jahrhunderts unter den Nobelpreisträgern. Wenn man sich die heutigen Wissenschafts-Nobelpreisträger anschaut, dann sind im Bereich Physik und Chemie sehr häufig Amerikaner oder Asiaten, meistens Japaner, vertreten. Ist okay, es hat sich halt verlagert. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass Deutschland ein Top-Technologie-Exporteur ist. Und das ist Deutschland nur deshalb, weil es immer noch in Sachen Forschung und Wissenschaft sehr weit vorne ist. Das erwähne ich deshalb, weil es fatal wäre, Patriotismus immer bloß auf Leistungen oder Errungenschaften und Gegebenheiten der Vergangenheit zu begründen. Man sollte bei der Wertschätzung der eigenen Kulturleistung auch immer wieder Bezug auf aktuelle Sachen nehmen. Wenn man seinen Patriotismus immer bloß an Dinge, an Leistungen oder Errungenschaften der Vergangenheit festmacht, dann kommt der Patriotismus natürlich museumsreif rüber. Deutsche Philosophen und deutsche Nobelpreisträger der Gegenwart sind zwar vielleicht nicht mehr so gefragt, aber immer noch ist Deutschland wirtschaftlich spitze und immer noch ist Deutschland im Bereich Forschung und Wissenschaft beziehungsweise in der daraus resultierenden Technologie spitze. Exakt das gleiche lässt sich über die deutsche Wirtschaft insgesamt sagen. Deutschland ist das stärkste Land der EU. Und zusammen mit Frankreich bilden wir den Motor der Europäischen Union. Das kann sich sehen lassen. Die gegenwärtigen Stärken Deutschlands zu betonen gehört auch unbedingt dazu. Sonst wird der Patriotismus zwangsläufig rückwärts gewandt. Aktuarium hat jetzt hier eigentlich, finde ich, ein ideelles Schlusswort schon gesetzt. Hören wir uns deswegen zum Abschluss dieses Videos sein Fazit nochmal an. Es können ganze Epochen sein. Es können Werke sein. Es können Strömungen sein. Das Deutsche hat da im 18., im 19. Jahrhundert so viel zu bieten. Man muss wirklich sagen, eine herausragende Hochkultur in der Welt ohne in Supervia zu verfallen. Das muss man wirklich so anerkennen und das darf man auch als das eigene markieren, hochhalten und darauf stolz sein. Aber nicht stolz kann man sein auf einmal nur Schattierung der Flagge und guckt mal, LGBT ist doof. Das ist zu wenig, Leute. Das ist zu wenig. Wo ist der deutsche Patriotismus? Wo ist der Gehalt des Deutschen? Und das ist nämlich immer die Frage, die dann gestellt wird. Was ist denn überhaupt eure Leidkultur? Ja, wir haben ein jüdisch-christliches Erbe. Ja, und was soll das jetzt sein? Ja, wir sind für Meinungsfreiheit und für Mohammed-Karikaturen. Ja, Entschuldigung, das ist lächerlich. Das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun und du weißt gar nicht, was deutsch ist. Also, man hätte die Gelegenheit nutzen können für alle, vor allem auch für sich selbst, gerade in der rechten Blase, herauszufinden, was ist deutsch? Was macht denn das Deutsche aus? Warum bin ich denn stolz auf das? Und das wäre eine wirklich wunderbare Gelegenheit gewesen. Sie ist ja nicht ganz weg. Nächstes Jahr kann man das ja eventuell nochmal machen. Und dann kann man wirklich diesen LGBT, die nämlich ihren Monat durchaus mit Gehalt füllen, Liebe für alle, wir wollen jeden akzeptieren, jede sexuelle, ich nenne es mal Richtung, soll gleichwertig sein, etc. Ja, die haben das ja sogar mit Gesetzen gefüllt und mit der Homo-Ehe und die haben einiges erreicht. Und das muss die andere Seite auch tun, die muss auch mehr bieten als eine reine Vereilbarung, weil Vereilbarung dieses Jahr schön gewesen, nächstes Jahr es wird nicht reichen, es wird keinen Erfolg mehr geben. Es sei denn, ihr füllt es mit wirklichem Leben, Substanz, mit Gehalt. Und das wäre etwas Wunderbares und das würde einen Aufbruch liefern, wie es LGBT nicht kann. Und dann würden sie wirklich überschäumen, so schäumen sie nicht wirklich über, weil ihr habt ja inhaltlich nichts geboten, außer einfach nur Stolzmonat zu rufen. Inhalt, Substanz, du redest hier von Schlomo's Bubble. Da kommt an dieser Stelle nicht viel mehr raus. Das, zumal speziell Schlomo seine mangelnde Bildung im Bereich Geschichte und Philosophie schon oftmals selbst offenbart hat. Ich schließe dieses Video jetzt auch ab. Ich füge aber hier den Ausführungen von Aktuaren noch hinzu, ich würde das gar nicht an diesem Bright Month festmachen, an einem konkreten Termin. So eine Aktion soll gar nicht dazu da sein, irgendwen zu triggern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wie gesagt, an sich habe ich gegen die LGBT-Community natürlich überhaupt nichts. Und es stört mich auch nicht, dass hier irgendjemand eine Regenbogenflagge aufhängt und das dann aber auch bitte ernst meint und das nicht nur aus Image- und Marketinggründen macht. Dass man die eigene Kultur, eigene Errungenschaften im Bereich Forschung, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Sprache, dass man die hochhält und auch gerne mal präsentiert, um zu zeigen, guck mal, wir haben auch was. Und um sich selber klar zu machen, wir müssen uns nicht verstecken vor anderen. Genau darum geht es meines Erachtens bei Patriotismus. Patriotismus, so wie ich ihn sehe und so wie ich ihn für sinnvoll halte, ist eigentlich die nationale, kulturelle und politische Übersetzung eines Selbstwertgefühls. Genauso wie es sehr wichtig ist, auch vor der eigenen Person Respekt zu haben, sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern zu wissen, was man kann, was man gut kann. Natürlich sich auch über die eigenen Schwächen und die eigenen Mistetaten bewusst ist. Patriotismus muss schon auch ein reflektierter Patriotismus sein. Aber genauso wie man Achtung und einen gewissen Respekt vor sich hat und das, was man selber hat und das, was man erreicht hat, wertschätzt. Und genauso ist es wichtig, das alles auch auf kultureller, nationaler Ebene tun zu können. Nicht, weil man besser ist als alle anderen, sondern weil man genau so gut ist. Das kann man eigentlich das ganze Jahr über machen. Dafür brauche ich keinen konkreten Monat. Und hier spricht Aktuarum was sehr, sehr Richtiges an. Deswegen finde ich das Video im Groben und Ganzen, auch wenn er mir an ein paar Stellen übertrieben hat. Und auch wenn ich seine Behauptung, wir Deutschen hätten seit dem Zweiten Weltkrieg gar keine Kultur mehr, auch nicht unterschreiben würde. Aber er hat hier einige Sachen gesagt, wo es sich das Hinhören lohnt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche ein schönes Wochenende. Wenn alle Strick reißen, kann man sich immer noch aufhängen oder die Deutschlandflagge hissen.